Zu gut für die Tonne. Wer spontan kauft, kauft auch mal doppelt. 39% schreiben immer einen Einkaufszettel. Zwiebeln und Kartoffeln mögen es lieber kühl und dunkel. Am besten getrennt. Rund 49% lagern viele Obst- und Gemüsesorten bereits passend. 68% verwerten Reste am nächsten Tag. Schön knusprig wird die Pizza wieder in der Pfanne. Aus Resten kannst du einen bunten Auflauf zaubern. 60% nutzen Reste schon für leckere Gerichte. Milchprodukte mit überschrittenem Haltbarkeitsdatum sind oft noch länger gut. Einfach gucken, riechen und probieren. 54% machen das schon so. Denkst du auch schon zu gut für die Tonne? Mehr Tipps auf zugutfürdietonne.de